Grüezi miteinander, ich begrüße Sie aus jp.total.tv. Wir sind heute im Restaurant de Pizzeria Pony in Bern-Liebenfeld und mein heutiger Gast ist Senor Fuego. Hallo Fuego. Hi JP. Fuego. Was heißt Fuego? Das Feuer. Bist du ein freudiger Mensch? Nein, Feuer ist ein Synonym für Rhythmus und heiße Nächte. Das heißt, du bietest heiße Nächte an? An die, die gern tanzen und etwas Spezielles erleben wollen. In der Disco oder mit einem anderen Geschlecht. Du bist Disco-Keyer, du bist Eventmanager, du bist Moderator. Man kann sagen, du bist eigentlich ein Multitalent. Ja, das ist auch in dem Moment. Multiversal, multidimensional, das braucht die Welt, oder? Ja, aber ich sehe dich einfach mehr, vielfach, sollen wir mal sagen, als Disco-Keyer. Was fasziniert dich am Disco-Keyer-Job? Wenn du gute Musik auflegst, wird das Ambiente heiß werden und dann der Boden nass ist. Oh oh, gute Musik, der Boden ist nass. Ja, es muss richtig tropfen, oder? Wie meint er das? Der Boden ist nass, es muss tropfen. Na gut, was für einen Musikstil bevorzugst du, respektiv, was für einen Musikstil bringst du am Abend? Also ich arbeite seit 30 Jahren in praktisch allen Szenen. Seit 30 Jahren, er hat als Kind angefangen. Ich bin fast 50, gell? Gut. Und ja, wenn jemand ein Fest macht, Geburtstagfest oder eine Hochzeit, bin ich dabei, wenn sie wollen. Oder sonst in Clubs und Discos, auch an großen Events, an Festivals. Von Goa über minimal heute, was in ist, aber auch alte Schule. Von Rock über normale Klassiker, Disco, 50er Jahren, 60er, 70er, egal. Ich habe alles. Du hast alles. Also das heisst, du reist immer mit deiner Anlage, mit deinen CDs rum. Mit den CDs, ja. Und so, du hast übrigens ein paar CDs mitgebracht. Ja. Sind das, vielleicht kann man eine angucken, sind das CDs, die du abspielen lässt? Ja, das ist zum Beispiel der beste Bläser der Welt. Der beste Bläser der Welt? Minimal aus den 70er. Okay, wollen wir mal zeigen hier. Super. Die Trompete musst du anschauen. Siehst du? So bläst man richtig. Okay. Dieses Organ brauchst du dabei. Okay, super. Gut. Fuego, Eventmanager bist du ja auch. Ja. Was für Events organisierst du? Also im Moment geht es mehr so im Cyberpunk Underground, also die Entwicklung des Rock mit der elektronischen Musik, wo die Leute ziemlich vermischt daherkommen. Das kann sein von einfachen Goa Freaks bis hin zu Cyberpunkers, moderne und alte Punkers. Fetisch-Szene, Gothic ist drin. Fetisch-Szene, stopp, 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 stopp. Das interessiert mich. Logisch. Fetisch-Szene. Du legst an Fetisch-Szene auf, oder wie geht das? Unter anderem, ja. Wobei, was ist nicht Fetisch auf diesem Planet? Der Autofetischist bekommt, wenn er die stärkere Maschine hat, der andere muss ein Kleidungsstück haben, dass er sich wohlfühlt. Für viele ist Geld Fetisch. Das ist logisch, oder? Es muss ja nicht immer nur sexuell sein. Oder ist alles Sex? Wir gehen weiter. Gut, gut. Ich glaube, ich bin nicht so nah. Ich merke, er ist mir total überlegen. Nein, nein. Okay. Das sind die Brillen. Genau. Gut. Fuego. Kann man von dem leben? Ja, leben ist ja eigentlich fast gratis, oder? Du brauchst ein bisschen Sauerstoff und gute Laune und viel Lust. So war es nicht abgemacht. So war es nicht abgemacht. Oh, sorry. Sorry. Jetzt seriös. Machst du noch eine andere Arbeit, oder bist du jetzt einfach voll auf diesem Tipp? Die ist schon okay, ich werde mein Adscher-Moderator. Also in der Schweiz, die Schweiz ist zu klein, um überhaupt in dieser Form, wenn man nicht nur eine kommerzielle Schiene fährt, mit einem gewissen Namen, wenn man das überhaupt will, nur von dem zum Leben. Dabei habe ich ein paar Kollegen, wo ich zwischendurch aushelfen gehe, wenn sie Not am Mann haben, damit, dass ich auch meine Freizeit ein bisschen mit Ferien und so ausschmücken kann. Jedoch, wenn ich auf europäischer Ebene arbeite, dann geht es besser. Dann komme ich besser gemütlich um die Runde, weil die eigenen Produktionen, die kosten auch sehr viel Geld, Tonstudiosaufnahmen, etc. Künstler, die ich einbaue, die zur Musik spielen. Er hat mich auch schon eingebaut, er hat mich auch schon eingebaut, genau. Und das war ja supergeil, oder? Das war wunderschön. Es ist immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, weil du hast für die Schweiz etwas Gelbes gemacht. Jawohl. Genau. Das Ausland. Stichwort Ausland. Was? Hat das Ausland auch schon gerufen? Ja, weil zum Beispiel mehr in den Latino-Ländern, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, sind die Leute viel offener zum Party machen. Sie wollen lieber mehr Party machen als arbeiten. In der Schweiz ist es ein bisschen umgekehrt. Hier wollen sie mehr arbeiten als Party machen. Es kommt natürlich auch auf das Wetter drauf an. Wenn es zu heiß ist, kann man nicht zu viel arbeiten. Geht gar nicht, oder? Und von dem her war ich bis in Marokko bei dem Weihnachtszehntägigen Festival, die hießen, glaube ich, wenn ich mich noch erinnere richtig, etwas mit Desert View, Desert View Connection, irgend sowas. Was ist Desert View? Desert View war diese Organisation, die mitten in der Wüste von Marokko, in einem alten, vor dem Ersten Weltkrieg, von den Engländern, diese Goa-Partys machten, zehn Tage Non-Stop-Musik. Also Tags 24 Stunden. Ein Marathon, eigentlich. Ja, wo viele DJs und viele Leute, etwa 3000 Leute, nicht so riesig, aber trotzdem einzigartig, wo man praktisch die Sterne berühren konnte, weil dort die Wüste ein ganz anderes Himmel ist als wie bei uns, oder? Ich höre von dir, dass du sehr viele Auftritte hast, also dort, 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 wie gesagt, Marokko und so weiter und so fort. Kannst du mir ein Erlebnis erzählen, das dir geblieben ist, das eindrücklich ist bei so einem Auftritt? Ja, also die schönsten Erlebnisse hatte ich eigentlich in den Wäldern, also bei sogenannten Goa-Partys, wie man sie hier nennt. In den Wäldern? In den Wäldern, bei sogenannten Vollmond-Partys, wo dann wirklich ein Einklang ist da zwischen den Geräuschen und den Schwingungen der Natur und die Leute, die kommen, um dieses Ritual zu genießen. Also was ist denn da genau? Man ist nicht eingeschlossen in eine Schachtel. Normalerweise ist man in einem Club, in einem Lokal und der hat vier Wände, wenn nicht mehr Wände und dort gibt es einfach eine andere Schwingung. Es ist nicht dasselbe, wenn du spielst und du hast den Mond und die Bäume, das ist nicht dasselbe. Und wenn die Leute dann auch noch dazu diese Energie vom Boden mittragen, dann ist es nochmal geiler. Denn da brauchst du nicht mal ein Hotelzimmer zu, verstehst du, du gehst in den Gebüsch und machst deinen Pony, oder? Wir sind in den Pony-Ristorien zu beziehen. Genau. Die Stute braucht einen Pony, oder? Genau, das ist meistens so. Fägo, dein Outfit. Simple. Ihr Lieber ist immer. Dein Outfit. Ich finde das gegen die geil. Ja. Du hast auch immer, pardon, einen Hut an, immer diese Brille. Ja. Und längere Haare als du. Wo? Da hinten. Er hat endlich einen der längeren Roststand. Also ich, okay. Aber nur für Schlafzimmer. Ja, das ist nur für Schlafzimmer, weißt du. Da sitzt noch niemand. Niemand? Privat, geschäftlich. Wieso hast du immer einen Hut an? Man sagt ja, der Behutete. Das ist meistens wie ein Wano-Vorsteher oder jemand, der das Sagen hat, oder? Und hier geht es um Rhythmus, Klänge, Tanzen und Geilheit auf der Tanzfläche. Eieieiei. Eieieiei. Gut für ein Wille, dass ich unbedingt... Ja, also ich sehe... Ich merke das. Du sprichst von Geilheit und so. Also du forderst mich ja raus, dass ich ein bisschen mehr über dein Intimleben wissen möchte. Sex, also Erotik und Musik. Fliesst das ineinander? Ja. Und zwar schon seit über 20.000 Jahren. Also Tanzen war das Älteste. 20.000 Jahre, okay. Also schon, die Höhlenmenschen tanzten eigentlich zu Ritualen, wo die ganze Stamm, die ganze Gesellschaft zusammenkam. Und meistens kam es nach diesem Ritual am meisten Kinder. Also Musik und Tanzen ist Erotik, es ist Sex, man reibt sich die Geschlechter aneinander, oder? Man berührt sich an den Äpfeln und so. Und es passiert viele Sachen, die in diese Richtung gehen. Es ist ein bisschen dunkel, die Musik ist laut, oder? Man kann sich gut verstecken unter dem Tisch vielleicht, man hört die Schreie nicht. Ich merke, Fuego ist auf dem Trip des Sexes, der Erotik. Fuego. Bist du ein Fantast? Ja. Wunderbar. Ja, mit dem mache ich ja Geld. Oh, oh. Okay. Fuego, könntest du dir vorstellen, mal irgendwie in einem Erotikfilm mitzuspielen als, ich sage jetzt mal, als Disjockey. Du hast die Rolle des Disjockeys. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in vielen Tanzfilmen, die live ja abgehen, in den Szenen mitgespielt als DJ, wo es eben um das Thema Erotik ging. Es gibt viele Szenen, die sich das immer mehr einbauen jetzt. Es wird praktisch zum Trend, damit vielleicht die Leute sich auch ein bisschen näher kommen. Statt immer hinter dem PC, oder? Man muss immer putzen, den Bildschirm, oder? Also, das jetzt. Okay. Fuego, ich möchte noch ganz kurz auf ein Thema kommen, und zwar das Thema vom Träumen. Ich denke, auch du träumst gerne. Sicher. Und was träumst du? Dass ich immer weiterkomme in meinem Traum. Also meine erste CD hieß ja, Reise in dem Traum. Und ich sehe das ganze Leben als ein wunderschöner Traum, wo man selber gebären kann mit eigenen Vorstellungen und harte Arbeit und diesem Traum weiterfolgen und alles einbauen, was zum Traum gehören soll. Man sagt ja auch Traumtanzen. Und die Rhythmik beim Träumen ist wichtig, damit man es auch realisiert. Egal, was jemand träumt, es ist das höchste Gut, das er hat. Sehr schön gesagt. Wenn er das verliert, haben wir wieder Zombies aus der Tanzfläche. Das brauchen wir nicht. Wie siehst du deine Zukunft? Rosig. Wie siehst du deine Zukunft? Wirst du weiterhin deine Musik auflegen? Ich meine, wir sind ja beide nicht mehr 20, sondern 28, 32, egal. Also ich habe natürlich... Ich habe jetzt ein Ziel zum Beispiel. Also ich bin jetzt 9 und ich denke, sobald ich 2 und bin, werde ich wegfliegen und man sieht mich nicht mehr. Was ist dein Traum? Ich gehe immer intuitiv, Schritt für Schritt. Also ich mache keine 10-Jahres-Pläne oder so. Und eben durch das Träumen kommt dann immer irgendwie etwas Spontanes am nächsten Tag, wo ich noch nicht weiß, zum Voraus. Das macht es spannend, ich weiß es nicht. Jedoch, es führt immer in eine Schwingung, die immer leichter und immer heller wird. Das ist das, was ich nehme, meine Atmosphäre. Verstehst du, ich werde immer leichter, nicht schwerer. Ich fühle mich ja nicht älter, oder? Ich werde immer schwerer und älter, er wird immer leichter und jünger. Aber wir verstehen uns mega-huge gut. Das stimmt, oder? Ja. Hochdeutsch. Für Hochdeutsch stimmt's. Für Hochdeutsch stimmt man Berndeutsch. Ja, Berndeutsch, dann ist ein bisschen mehr, du weißt ja, der Berner oder der Schweizer, oder? Ein bisschen Brüder. Leider, noch. Aber wir können Unterricht geben. Wir können sie auch schulen, oder? Für was für ein Vorbild? Äh, ja, das ist ein typisches italienisches Vorbild, oder? Meinst du gegenwärtig oder altertümlich? Ich möchte dir beide hören. Also altertümlich ist Da Vinci. Wieso gerade Da Vinci? Der beste Transvestit, den wir jeden hatten in Italien. Hast du mich? Heute, ja. Einfach nie gesehen. Heute, heute. Und heute? Was ist dein Vorbild heute? Ja, gute Leute, die guten Rock machen. Also, ich will nicht Namen nennen, egal ob das Italien oder Europa, aber sie sollen nicht sagen, I can get no satisfaction. Sie müssen sagen, ich weiss, wie satisfaction ist. Also. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, das heutige Vorbild, dass du jemand anders sagst, dass du spezifisch einen Namen sagst, aber ja, nur mit dem musst du leben. Also, ich kann den Bundesrätin nur sagen, sieben sind zu viel und kostet zu viel. Eine Bundesrätin würde genügen. Vor allem noch als Wirtschaftslehrerin vielleicht für, äh, ja, Aufklärung. Ich wollte einen Namen hören, lassen wir das vielleicht. Einen Namen von einem Vorbild. Einfach einen Namen, ein Vorbild, einen Namen. Also, ich sage Vasco Rossi. Vasco Rossi kennt ja keiner, weiss du das? Okay, spielt doch keine Rolle. Aber es ist wahr. Okay. Es ist nicht gelogen, oder? Er hat mich nicht verstanden. Doch, doch. Ich habe gedacht, er hat er... Aber ich habe noch einen zweiten. Ja, und das ist? J.P. Law. Danke, Wilma, das ist einfach auch schön. Frego, die Zeit ist schon abgelaufen. Ja, ist gut, super. Es war ein super... Einmal atmen und... Ein interessanter Talk. Ein geiler Talk. Danke. Ich hoffe, du machst weiter so. Ja, ich bleibe bei meiner Brütheit. Genau. Und ich bei meiner Geilheit. Bravo. So, und ich hoffe, dass wir etliche Male zusammen wieder arbeiten können, denn es ist mir immer ein Vergnügen. Also, ich freue mich, dich zu verfolgen auf deiner Schweizer Tournee. Danke vielmals. Super, danke. So, das war wieder www.jptotal.tv. Ihr aus dem Restaurant der Pizzeria Pony in Bern-Liebefeld. Ich sag's wieder, wenn ihr ein bisschen spitz geworden seid, lasst euch gehen. Aber vergesst die Frieden. Bis bald, euer J.P. Law. Ciao.